Information zu S4 nach Gornach bei Leipzig über Leipzig MEDR Abwand 6.35 Uhr fällt heute aus. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu S5 nach Zwickau Hauptbahnhof über Mark Keder Abwand 6.45 Uhr fällt heute aus. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu S1 nach Gornach bei Leipzig MEDR Abwand 6.40 Uhr fällt heute aus. Wir bitten um Entschuldigung.